Armored Armadillo Come on Do what! Audrey is a meisten guiding others It's all that When one will Robot No I'm lost Come on Da ist er, nochmal von vorne. Duh. So, machen wir es einfach mit dem Stormtornado. So, machen wir es einfach mit dem Stormtornado. So, machen wir es einfach mit dem Stormtornado. So, machen wir es einfach mit dem So, haben wir? Enter this capsule and you will receive an ability that only a few people have been able to master through intense training. Since your soul is nearly human, I suspect you can master it. Axe, feel the power flowing in you. Learn to throw fireballs! So, machen wir es einfach mit dem Stormtornado. So, machen wir es einfach mit dem Stormtornado. So, machen wir es einfach mit dem Stormtornado. Let's see. So, machen wir es einfach mit dem Stormtornado. Ich beginne die Mission! Abfabschepion! Abfabschepion Ich gehe an dich! Abfabschepion Ich konnte es nicht, deine Hülle... ach und im übrigen bei der aufnahme hatte auch das problem dass mir explizit abgeschmiert war die da war auch nicht viel ab meine güte abgezogen er sieht mehr also ich habe den eindruck dass es wirklich einfacher doch das ist das aber egal doch ist mit dem schluss wesentlich einfacher und das war's gut mehr brauche ich von dem nicht zeigen und ja das war's erstmal für das und dann zeige ich noch als allerletztes wie ich den anderen baster hole und dafür brauche ich eine vorbereitung und dann was er an schaden macht